Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Erklärvideo. Es geht darum, wie ihr bei mir Kanalmitglied werdet. Dazu müsstet ihr da auf dem Button klicken, der unter dem Video ist jeweils. Da steht dann Mitglied werden. Ja, jetzt warum Mitglied werden? Es gibt verschiedene Stufen der Mitgliedschaft derer drei und die erste Einstiegsmitgliedschaft, die beginnt mit 99 Cent pro Monat. Ja, was bekommt ihr dafür? Es gibt das zum Beispiel habt ihr in der Einsteigermitgliedschaft für 99 Cent. Live Chats nur für Mitglieder. Dann bekommt ihr benutzerdefinierte Emojis für Kommentare und Live Chats und Logos für treue Fans neben dem Nutzernamen in den Kommentaren und im Live Chat. Ja, 1,99 Euro. Da gibt es dann den Vollzug, Vorabzugriff auf neue Videos und Exklusivvideos nur für Mitglieder und Livestreams auch nur für Mitglieder. An dieser Stelle sei gesagt, dass je höher die Mitgliedschaftsstufe ist, also im Preis schließt das immer die unteren, darunter befindlichen Vorteile mit ein der jeweiligen Mitgliedschaftsstufen. Ja, also in dem Fall, wenn ihr die Stufe 2 für 1,99 Euro abschließt, dann schließt das auch alle Vorteile in der Einstiegermitgliedschaft mit ein, also für 99 Cent. Ja, dann gibt es die zurzeit höchste Mitgliedschaftsstufe für 2,99 Euro pro Monat. Da bekommt ihr schon mal nach drei Monaten Mitgliedschaft in dieser Preiskategorie eine entsprechende Warnweste kostenlos, auch kostenlos zugeschickt. Mit der Aufschrift sowas in dem Sinn Fahrradkanal oder mein Fahrradkanal, YouTube, meinen Fahrradkanal, seht ihr auch im Foto eingeblendet, wie das aussehen kann oder wird. Eventuell steht es auch vorne drauf. Das wäre die Warnweste, die ihr als kleinen Bonus in der Preisstufe nach drei monatiger Mitgliedschaft kostenlos bekommt. Wie ihr die bekommt, findet ihr dann zum gegebenen Zeitpunkt bzw. steht auch da alles erklärt, wenn ihr die jeweiligen Mitgliedschaftsstufen entsprechend gebucht habt. Ja, in dieser Mitgliedschaftsstufe ist dann auch noch die spezielle Umfrage für Mitglieder. Das ist dann eine schöne Sache für die Leute, die dann auch, ja, die ich befrage, in dieser Mitgliedschaftsstufe Umfragen machen werde, wie zukünftige Videos vielleicht besser oder schöner gestaltet werden können. Also eine gewisse direkte Beteiligung und Einflussnahme auf zukünftige Videos. Ja, die jeweiligen bzw. hier in der höchsten Mitgliedschaftsstufe für 2,99 Euro schließen natürlich die Stufen 1 und 2 alle die dort genannten Vorteile mit ein. Ja, das wäre dieses eine über die Kanalmitgliedschaft. Wie gesagt, warum solltet ihr eine Mitgliedschaft in Erwägung ziehen? Es wird also, wie gesagt, auch in der, ab der zweiten Mitgliedschaftsstufe in Zukunft wird es da exklusive Videos nur für Mitglieder geben und auch, wie gesagt, Livestreams nur für Mitglieder und Vollzugriff auf neue Videos. Das wird es dann auch nur ab dieser Mitgliedschaftsstufe geben. Also da wird es in Zukunft diverse Videos geben, die dann in diese Kategorien jeweils fallen. Die Leute, die dann keine Mitglieder sind, werden diese Videos dann leider nicht schauen können. Das nur mal so am Rande zur Info. Aber wie gesagt, wenn ihr auf die Mitgliedschaft klickt, da passiert ja noch nichts. Ihr seht dann die Möglichkeiten Stufe 1, 2 und 3. Ihr könnt euch da alle Angaben vorher angucken. Ihr müsst ja nicht auf das blaue Feld jetzt dann Mitglied werden klicken. Da, wie gesagt, könnt ihr euch vorher, bevor ihr darauf klickt, noch alles in Ruhe anschauen, was es da jeweils gibt. Ja, dann habe ich noch eine andere Geschichte in der Leiste, wie gesagt, wo die Mitglied werden klicken und Daumen ab, Daumen runter, teilen etc. In dieser Leiste sollte sich im Normalfall auch eine Also Thanks-Button sein. Wenn der da nicht ist, dann müsst ihr die drei Knöpfe, also in dem runden Feld mit den drei Punkten da drauf klicken, dann poppt noch mal so ein zusätzliches Fensterchen auf und da könnt ihr dann die Thanks, also da ist so ein Dollarzeichen und da könnt ihr dann auf Thanks klicken. Ja, diese Taste oder dieser Button, der ist dafür da, um mir, also dem Betreiber des Fahrradkanals zu danken. Da könnt ihr dann verschiedene Beträge über eine untere Schiebeleiste ab 2 Euro aufwärts bis 500 Euro einstellen, wenn ihr denn mögt und nennt sich Superthanks. Das wäre dann eine kleine Anerkennung für mich und meinem Kanal, um diesen direkt zu unterstützen. Ja, dann gibt es noch unter Superthanks, wenn du Superthanks kaufst, siehst du ein spezielles animiertes GIF. Zusätzlich zu deinem Kauf hältst du einen individuellen bunten Kommentar auf dem Creator reagieren können. Also du kannst dann da spezielle bunte Kommentare auf der Kommentarleiste dazu schreiben und hast da auch noch zusätzlich eine entsprechende Funktion. Ja, das wäre eine schöne Sache, würde mich da freuen. Wie gesagt, ich bin ja noch nicht in dem Bereich, wo Firmen auf mich zukommen und mir Artikel anbieten, kostenlos, die ich dann bewerben kann. Darum viele Dinge, die ich hier vorstelle, die sind auf meine eigenen Kosten entsprechend gekauft und hier auch vorgestellt in verschiedenen Videos. Das ist jetzt keine Reklame, wofür ich dann von irgendeiner Seite von irgendeiner Firma oder einem Händler dafür Geld bekomme. Deswegen, wie gesagt, wäre es schön, wenn ihr mich da hin und wieder auch mal unterstützt. Ja, das wäre es eigentlich an dieser Stelle, was ich euch erklären und zeigen wollte. Wie gesagt, denkt daran, in absehbarer Zeit wird es da spezielle Sachen nur für Mitglieder geben. Natürlich bekommen auch alle anderen, die jetzt kein Kanal Mitglied sind, Videos zu sehen. Aber wie gesagt, ab der zweiten Mitgliedschaftsstufe für 1,99 Euro. Da gibt es dann schon exklusive Videos, die nur für Mitglieder sind und Livestreams nur für Mitglieder und voll vorab Zugriff auf neue Videos. Also für alle die, die ganz besonders scharf sind, meine Videos möglichst schnell und früh sehen zu können. Die haben da vorab vor allen anderen, die nicht Mitglied sind, schon mal einen Video Zugriff, um sich die neuen Videos schon mal angucken zu können. Okay, ich hoffe, würde wie gesagt mich sehr freuen, wenn der eine oder andere Mitglied wird auf meinem Kanal und wir schauen mal, wie sich das entwickelt. Okay, also an dieser Stelle noch mal winke, 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 macht's gut und alles Gute im neuen Jahr. Tschüss und winke, winke.